er braucht ein 10 denn wir haben bohrer hallo sie haben sie ein bisschen benzin auch bloß ein ganz bisschen für meine karre gedacht ich hab schon ja dann habe ich irgendwo eingebildet und dabei gedacht mir sogar einzubilden seid ihr bereit also ich bin vorbereitet das ist aber jetzt gut so war nicht der plan ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu senden der ist mit mir den kabinen bei jen aber nicht mehr lange denn wir sind ja auf dem weg wegen wüste gewesen also suchen mäßig denn er braucht ein 10 denn wir haben bohrer und könnte durchaus teurer werden deswegen sind wir unterwegs jetzt gerade wegen der wüste aber wir haben jenny von naja sind ist ja auch nicht verkehrt ist hier hallo sie sie wissen schon wie man eine tür benutzt oder ich frage für einen kumpel aber ich werde ihn erstmal in den wams schießen warum weil ich es kann meine sache noch eine andere verrückte sache schaut mal oben in die ecke auf der rechten hier wir sind mich jetzt schon bei der eifer 21.1 denn das kann ich habe ich wollte bloß mal kurz erwähnen neue version neuglück so gut eigentlich tätig gerne markierung gesetzt haben wir ja warum wo du das war nicht erst mal kippen muss mich orientieren hat da oben halt den punkt gesetzt jungen machen am punkt ja um es dran wenn du dran bist du fühlst dich nicht wie du wenn du nicht bist ich muss weg na denn gut also ich hoffe dass ich diesmal ein bisschen mehr obwohl jetzt haben wir ja die kapitel mit der kit eingesammelt also panik habe ich gehen zum millionen also ihn kann ich und nehmen was wir zu links rechts geradeaus erst mal egal richtig gehört haben wir waren zum ein zombie ein schomböchen das ist eine tanke ich müsste mal kurz hier anhalten ja ja ich mag es nicht aber ich muss ja trotzdem machen wir müssen noch den kopf drin gelassen wollen vorteil sein könnte ich mal kurz das her nächste man könnte hier abschrauben kriegt wenn die krieg gehen wenn wenn ich dachte ich kann jetzt ein bisschen benzin abschnicken ich wollte ja eigentlich durchrauschen aber wisst ihr wart scheiß drauf kann ja mal nachfragen hallo sie haben sie ein bisschen benzin auch bloß ein ganz bisschen für meine karre ich habe nämlich keine lust unterwegs liegen zu bleiben weil wir haben durch 900 und es ist nicht nicht so viel weil ich ja ja nicht wie es wie weit wir noch fahren müssen erwarten sie mal kurz ich will nur reinschauen vielleicht sollte man mit inventar hier machen wir machen hier eine ehnung minimi ja der platz ist schon vergeben ich bin gleich wieder zurück es wird schon schwarz wichtig aber wir haben doch noch zeit es ist doch noch zeit man kann ich nicht hier so sparsam und so ist dann diese munition schon mal zur seite packen wisst ihr kann ja nicht schaden ist dir sollte man die wasser anfangen dem wasser zu sparen also wenn wir die wüste finden sollten da soll so eine heiße sache sein wisst ihr so und heiße sachen haben so eine angewohnheit wasser zu verschleißen weiter wenn du immer drin stecken tust wie gesagt steckst du erst mal fest ne das mache ich noch nicht erst mal wenn man die jungen hallo sie ist dass sie da sind ja ich weiß das doch mal wieder runter nicht wenn ich mich mensch und wurde es gerade vermisst hat sich jemand als dich ausgeben keine frechheit ist jetzt tot oder bist du jetzt nicht gut ein salat ein salat das ist ja wie halber nur im teil auf zombie art und weise wisst ihr so jetzt haben wir schon mal zwei räder ihn haben wir ja noch in inventar karre mäßig müssen wir bloß noch uschi freischalten ich habe ich gedacht hier so normalerweise hast du da hinten auch sowieso so eine fässer bis hier also ein cleverer mensch würde jetzt der autos außen schrauben man 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 zum glück bin ich nicht clever hatte dann hat es einen schrauber zeigt euch kann ich ja froh sein dass das ding leer war hey 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 weg von meiner karriere ja also so nicht freundchen ja also übertreibt es war nicht ich glaube ich war jetzt weiter vorsicht die kluge gibt es regnet rot ich vergesse erst mal lieber ihr sollte das auch tun ich bin aber auch leicht abzulenken und jetzt sage ich euch es wäre eigentlich eine jüdiger jüdiger erstmal um zu schauen was sie da geändert haben mir fällt gerade mir fällt aber ein von gestern den möchte ich mal kurz kontrollieren rein theoretisch müsst ihr da ein wolfie drin sein gibt das sind wolfie die bloß noch in so sachen oder 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 wie die worden vermisst ein klein wenig was denn nun sie ist doof ich habe nicht so viel zeit also haben wir schon mal rätsel von gestern gelöst also es gibt noch wölfis 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 eigentlich wie sagt benzin war aber zum glück ich lass mich ja nicht ablenken so ich bin ja ich bin nicht halt ne so und dann nehmen wir mal hinten seitlich drin und dann müssen wir ich will mal ich will nämlich nur mal schauen ob sie hier auch was geändert haben kann ja nicht schaden ist ihr so und was schaden tut ist ich sollte mal hier langsam anfangen hier mal den scheiß hier auszusortieren und den ein bisschen ich sollte aufpassen dass ich das nicht aus Versehen ja ihr wisst also wie kann man das aus Versehen nutzen ähm was ich dir dem Teil nicht nutze ne kannst du mal mit anstand sterben man was für eine drama queen jetzt wird schon reichen als zufälle wird ja hier nie drin sein wie das benzin hallo anziehen ja ja da ist ja spitze oder ist ne kiste ist eigentlich ein waffenlager also ein waffenladen scheiß drauf es wird eh später nach unten sortiert und alt was nie passt wird passend gemacht und ich hab dich doch kommen sehen eine erschreckende präsenz gut dann müssen wir uns wohl Moment machen müssen wir nicht müssen wir doch ich hab gedacht hier hätte sie gerade so dietrichen mäßig aber das stimmt nicht so ganz macht überhaupt keinen sinn es passt schon alles für den jungen zweck was ist denn bitte das ist ja leichter gewinnen hier so ich hab schon so überlegt ähm tiki tag mäßig da hinten wo wir gleich dazu kommen werden das wollte ich nämlich jetzt mal schon machen also bei alpha 20 ich gebe zu jetzt ein paar sekunden her die alpha 20 ist schon ein paar sekunden her ja ja da waren noch Zeiten da waren wir alle noch jünger ich hab gar so ein problem ich mach mal kurz ach so hier sind wir oder sie hingegen oh dad wer will er mehr denn was machen sie denn hier sparsamkeit mit zombies wie könntest du mal bitte aufhören jetzt dann auch zurückgehen also ey vielleicht kriegt er hier noch ein paar wummen das ist aber neu ne also das ist ja mal nice das muss ich mir merken gut ich weiß nicht ob das so gut ist wenn ich jetzt meine Karre wenn eine Quest ist und ich parke davor könnte zu Komplikationen führen aber ich mag Komplikationen auf eine gute art und weise warte mal die kann ich da eigentlich ähm mach mal so, wa eine Kartosche man kann es auch übertreiben, wa nee halt mal heute zweitel aufgeben als wir denn wirklich äh wirklich äh wirklich irgendwann mal durch die äh wüste streifen denn das wäre ganz gut wenn ich da ein bisschen wenn auch etwas hätte na also das wäre schon krass und die werde ich nämlich jetzt hinterpfeifen dann spart mir nämlich den Platz ja weg von meiner Karre ne mit deinen Grabschen ich hab dir gesagt ich hab hier so was Glück hier Waffen finden zu können das bin ich heute hier angehalten naja du mich auch ein AK auf gelb yay ich hab's auf gelb jupi supi äh mein Dick ne also obwohl zwei sind besser als jene ne also kannst jetzt zwei Hände ne äh warten sie mal so kicken sie mal da schnicke ding palim palim na gut das könnte vielleicht doch zu Problemen führen ach weißt du warte ich mach das jetzt alle kriegen Prioritäten ob das nun stimmt also gute Prioritäten sind Prioritäten sind oder nicht das muss ich erstmal ausstellen da ist schon will er raus Moment ich muss aber schon mal sagen im Gegensatz zu vorher ist hier mehr Stuff zum Looten weil ich stecke immer noch hier im Vorderraum fest darf ich nochmal erinnern so süß und so also ich tor ich warte scheiße obwohl ich kann ich ja trotzdem futtern es gibt ja nicht viel Energie aber es gibt etwas Energie Energie und etwas Energie ist besser als keine Energie kann es halt später verkaufen naja gut aber ich sag mal so unser Munitionshaushalt der kann weg ja pappelt sich gerade ein Stück nach oben warte man kann ja auch gesagt das Wasser oh ja naja 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 sicher ist sicher wisst ihr wir kriegen ja gleich Besuch nö nö oh doch ich hab gedacht ich hab schon nachgedacht das habe ich mir wohl eingebildet habe ich mir dabei gedacht mir sowas hinzubilden das ist ja mal frech schnickipiki mein oh man nee das ist immer noch so dann kann ich ja doch meine sache testen ich mal testen wollte aber erst mal schauen wir hier hinten nach Moment mal nicht so schnell hat sich nicht geändert geändert ist nichts ist auch nichts nee das was ich versuchen wollte äh das ist nämlich wir haben nochmal blöcke hier rüber gebaut das ist ja nicht nötig aus folgenden Grund das war ein Kiesmensch bist du mich verraten kannst du mal kurz weggehen ich drücke dir mein Auge zu ne unseren so und wenn die doch an ihr ankommen sollten wisst ihr dann haben wir eh eine Flucht und dann brauche ich sie bloß von da abknallen also so ist eigentlich der Plan jetzt schon mal dass mein Inventar voll ist Alter hier ist Benzin Schritt für Richtung Munition und Blut jetzt bin ich nur unerkannt bist du nicht bist du nicht so jetzt bin ich ja mal gespannt so und seid ihr bereit also ich bin voll bereit also Alter hier ist ja das ist aber jetzt doof so war nicht der Plan das bespricht ne gegen meinen Plan so was seid ihr denn hier macht man ja zum Plan ich wollte euch nur mal zeigen dass es keinen Sinn macht sich da ein Loch zu buddeln weil die doch da lang loben wo die klang das ist ja mal hoch es geht naja gut letztlich war trotzdem richtig kontrollieren oder naja gut da oben sind ja schon ziel scheinbar hallo sie was wollen sie denn bleiben sie mal da Munition sparen sehr witzig nein hören sie auf rumzuschreiben die wollen nicht schreien da ist ein grüner ein ganz dicker grüner naja ich guck mal wir werden bald mit Madame zu tun haben wa es schreit ja für nicht da ist ja noch jemand da ist ein Bruder hey hey nicht durch äh mobil na 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 es ist schon ein ticken einfacher als sonst das muss ich jedenfalls sagen also ich warte einfach bloß und snacke die Zombies weg und naja snacke ich mir den Staff weg na ich mag meine Taktik jetzt auf ehemal das war genauso geplant sie einfach die sind halt gut durchdacht ne also haha schnell nachladen und warum sammle ich Steinem also weil ich ja jetzt gerade in gepult habe ja ich verstehe das Moment mal hier bin ich na wir können gleich lücken aber erstmal muss ich mal ganz genau die Lage ein bisschen anschauen da ist schon offen das heißt da haben sie sich schon durchgefriest und das hat bloß ein bisschen Ladung Munition gekostet man ist ja fast ein Geschenk hallo sie haben sie keine Lust oder wat man die Party ist doch schon fast vorbei kleine Schlafmütze sind die jetzt draußen oder wie oder wat ist da drin hallo ich komme da nicht ran dankeschön die sind netter als aussehen aber es sind immer noch welche da wie erst mal ich muss das weggehen da ist da ist noch achso sicher ist sicher doppelt hält besser was los Junge da bist du noch welche lag schon da ich habe damit nichts zu tun auch wenn dir zu aussehen tut als ob die Logen wäre was das ja ist aber wirst du ja nicht also wusstest du nicht ich würde mal sagen der Vater ist ja mal einfach ich würde mal sagen meine Tic Tac hat eigentlich ganz gut funktioniert also die ist ja voll durchdacht und funktionabel dann würde ich mal sagen scheiße ich brauche ein leeres Inventar und das alt ohne Holz zwar also so jetzt fahren wir los den ganzen dafür lassen wir jetzt Orientierung meint ich natürlich ihm habe ich gesehen aber meine Orientierung war gerade weg noch fragen ach ist der Tön Tön ist der so das ist aber alles Geld also das ist ja ein schön viel Geld habe ich irgendwann nicht so viel äh das kann ich ja später vielleicht äh das wäre doof wenn ich das normal mache ich kann mir von sowas nicht trennen wieso warte ich mache das jetzt weg das ist ja alles nix werteste seht's mir nach man weil eigentlich theoretisch sind wir ja nicht wegen Looten unterwegs das ist also nebensächlich warte mal ich müsste noch immer zu den Autos da hinten hin ich komme hier nicht in der fange seid ihr ja ja jüd denn das sie bittet nicht auf jeden Fall kommen wir schon mal ein bisschen näher Richtung Wüste also benzin technischerweise war das gerade erfreulich ne naja können wir doch so machen water und äh hallo hallo kling moment dieser kack reiz husten ich sage euch der reizt alles aus ok jetzt sieht es erstmal um dienstag ich strom dass das voldemort nicht da gekommen ist also die lässt doch sonst nie auf sich wagen krass können wir ja gleich unsere reise fortsetzen brauchen ich nicht mit es ist wirklich ein zeichen ich glaube wir werden die nächste wuschie zusammenbauen also es wäre jetzt noch krasser wenn der name stehen würde wuschie aber wir haben jetzt schon vier reifen dann fehlt uns nur noch gyrokopti und droni denn sind wir wieder vereint alle zusammen wagen Sie mal das mache ich jetzt scheiß da schon so geht das überhaupt nee das nicht ne also ich muss jede mal nachschauen naja das ist ja nur für den bogen als andere würde ja keinen sinn ergeben so jetzt muss ich noch eine klinigkeit los werden ja immer noch ja immer noch ein plastik ein plastik kann weg jetzt hab ich den zilber eigentlich ne ist doch mal wieder toll ist ein geld weniger das ist nicht so schlimm ein geld weniger damit klar muss man es noch immer so platz kreieren dass ich ölstein ins inventar kriege es wäre so böse wenn wir eine wüste finden und ich kann nicht bohren weil 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 altvoll so wo waren wir stehen geblieben wüste ich bin unterwegs und ich lass mich hoch jetzt nicht noch mal ablenken bitte lass jetzt gehen noch mal eine waffen ein ding es war für einen guten zweck dass ich auch eine waffe für uns rausspringen können eine bessere mein ding weil diese schnell die m60 haben wir ja immer noch nicht gerade 60 ja das große maschine werdet fehlt ja immer noch meine kamera hat sich nicht verstellt hat sich diesmal nicht verstellt warte mal kurz ich muss mal reparieren weil ich bin aus versehen wohl verschlossener wollte eigentlich ditte drücken aber hab ich nie gemacht es ist ein schneebiom schneebiom das ist genau das gegenteil von dem wir viel gesucht haben ah toll eine mietze katze eine mietze katze ist ungünstig jetzt dann kommt gleich der nächste test ob bären frei rumlaufen wenn tier keine bären gibt generell keine bären aber ich bin mir sicher das war letztes Mal ein lebender bär in den holz berg wo wir drinnen waren im zerstörten oder nee das war ein zombie bär ne jetzt wo ich mir das gerade in die lecknis rufe macht das gerade sinn das tippen zombie bär war oh halten sie den mund ich bin gerade ein bisschen deprimiert das sieht nämlich aus wie das Ende der Fahnenstange muss mir ganz andere ziele ersetzen wie könnt ihr jetzt da da ist nicht mehr so viel aber hier ist ganz viel sieben kilometer in diese richtung hat sei schief nächste folge und wir haben immer noch keine wüste aber naja gut stimmt nicht ernst ist ja eine wüste man nennt ja sonst auch immer die weiße wüste also das gegeben halt kein öl finde also kein öl stein wegen alten zeiten wegen es ist ein maiskolben der gerade ist los geworden der will eben halt dass wir gut genährt sind dahin kommen wisst ihr da da sollte mehr aufpassen ich habe erst vor kurzem die karre repariert ich sollte anfangen die bäume zu meiden und stumpfen und eisenblöcke und steine und alles also eben vorstellen ich habe mir eine map ausgesucht und erhebt die kino wüste abgrund ja wenigst mal war ein schild hinstellen können das war bloß eine kleine fitze und jetzt sieht aber auch so aus wie ein see war also denn es geht ab ist eine ranger station leider habe ich keine zeit für den scheiß der war schon krass aber wie gesagt ich habe jetzt wirklich den zeit nein nein das die ganzen jahr nicht aber das ist nur vier schoben das wasser das rückwärts gang ich drücke nach hinten anscheinend wie ist die karne nicht gut okay also sie doch auch interessant ausweisung titel damit das so heute holzfabrik jetzt oder ist gerade der berg und die ranger station kann das nicht sein weil die ist ja jetzt hinter mir lassen die quasi hinter mir immer die straße entlang nicht vom weg abkommen will ja nicht in so einen backofen landen wisst ihr es ist ja nur eine frage der zeit also ich hoffe dass das irgendwann mal zu erfolgen führt da hinten hat mit ich will mir schon zum design oder das ist ein spiel ist real nein 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 das darf nicht sein es kreuzet sich ein weg alle bietet sieht so nicht erfolgreich aus ach weißt du was ich fahr die mal kurz um und mach mal hier eine kleine pause aber erstmal müssen wir dazu hier die treuzen hier ich freue jetzt da unten rin knall weg was mir vor der flinte kommt was hier noch groß oder was ich nehme dir zurück es ist nicht so groß wie aussieht es war nur eine vermutung lalala wudgining schießt die denn alle her und alle so kopflos kann ich das auch zu machen krass da gut war dann würde ich mal sagen wir mal kurz nach oben machen hier alles hier und dann mache ich hier häuschen was sich da nicht einzumüchen ich bin ich will nicht wenn du sagen bleiben sie auf dem pot das war's wo hallo sie was hinter mir schließen sie bitte die türen ich habe stein gefunden also war kein kompletter reinfall also wie wir kommen voran ich muss aber jetzt mal trotzdem erst mal platz machen das ist doch ein was ist ein witz in grad aus versehen schon wieder auf die uns gekommen wird jetzt mal trinken wenn wir nicht da einen sacken oder zwei sacken muss ich erst mal sacken lassen wartet jetzt ja sohn haben ja den kann ich nicht schroten weil der ist ja geld ist ja geld kann ich mitnehmen denn schauen wir mal kurz was hier drin ist und das das vierte rad also eigentlich der fünfte rad mich bietet fünfte rad warum neigt mein inventar dazu mal voll zu sein gut leute dann würde ich mal sagen ab hier verabscheuen wir uns und ich hoffe euch hat spaß gemacht und ich hoffe wir sehen uns morgen wieder macht euch einen schönen tag weil für euch sollte nämlich jetzt am wochenende sein also macht euch einen schönen tag ich bin raus